Hey ho Leute, willkommen zurück zu Ark Eternal Primal Fear. In dem Part geht es jetzt weiter mit den Entwicklungen. Zuerst hauen wir den T-Rex in der Entwicklung drauf, dann hauen wir unserem Donkey Kong in der Entwicklung drauf und dann geht es im Zeitraffer weiter mit unserem Eternal Raptor. Zuerst werden wir natürlich unserem Dino auch den Sattel ausziehen. Das geht aber glaube ich erst, wenn wir das Potion benutzt haben. Moment, er muss es im Inventar haben, wir müssen rauf und dann X drücken. Genau, und jetzt will ich ihm seinen Sattel ausziehen, weil der einfach OP ist und dann gehen wir mal auf Seite. Weil es würde mich sehr ärgern, wenn er seine 200, viel Rüstung hatte, 254 Rüstungssattel verlieren würde. Alles andere haben wir in den Boss Sammler gelegt und in unseren Donkey Kong und wir gucken mal, wie der, wie der, ah ja, kack noch einmal richtig ab, Koriastras. Und dann gucken wir, wie der Infernal Rex aussieht. Ich bin mal gespannt, welches Level er wird. Komm schon, verwandel dich. Okay, jetzt siehst du ein bisschen anders aus. Jetzt nennen wir dich, ähm, ähm, Koriastras-s. Schickes lila Junge, wow. Oh, sein Mund ist komplett lila. Cool. 898 ist er rausgekommen. Okay. Erstmal kriegst du wieder deinen Sattel. Sehr geil. Wie sieht es mit den Stats aus? Standard 2 Millionen, das ist nicht schlecht. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall mal ausleveln und dann gucken, wie er ist. Ihn parken wir jetzt auf jeden Fall. Moment. Erst beim Affen, weil wir das Inventar ja umswitchen müssen. Das ist kein Problem. So, ähm, das ganze Primate hätte ich gern. Dankeschön. So, äh, das war jetzt falsch. Nimm die Herzen mal nochmal, weil wir können ihn zu einem Power-Gorilla machen. Aber vorerst müssen wir halt das Inventar ein bisschen switchen. So, nimm mal bitte hier die 400, obwohl die wirst du wahrscheinlich fressen, oder? Ich weiß es nicht. Wir legen sie mal da rein. Wir haben ja ein bisschen was. So, wir können einen Power-Gorilla machen, einen Speed-Gorilla oder einen Poison-Gorilla. Ich bin voll und ganz für den Power-Gorilla. Weil, ja, und so. Gut, wir nehmen mal die Herzen-Union-Shit. Dann 25 wieder rein. So. Ja, so. Wo der Poison-Gorilla? Na, egal. Wir machen jetzt den Power-Gorilla. Und dann hauen wir mit dem Rex schnell ab. Genau. Bup, bup. Ercrafted. Rex, komm. Wir machen mal Platz. Wir machen Platz. Und gucken aus der Entfernung mal zu, wie es mit dem Gorilla weitergehen wird. Frischst du das Kibbel jetzt? Nein, tut er nicht gut. Und er kriegt pro Level 470.000 HP dazu. Das ist so ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. So, da müssen wir gleich noch den Boss-Summoner leer machen. Aber erst beobachten wir natürlich unser Äppchen. Was mit dem passieren wird. Oh, er verwandelt sich. Nein, Stein geh weg. Ich wollte mich eigentlich da draufstellen, um zu gucken, was passiert. Weil man so eine schöne Aussicht hat. Komm her. Ja, so. So ist gut. Perfekto Mundo, würde ich sagen. Oh yeah. Ark Eternal Evolution. Ach, du bist wunderschön. Wunderschönes, ja. Mal gucken, wie wunderschön du wirst. Ob du überhaupt wunderschön wirst. Hoffentlich wirst du größer. Wenn er größer wird, das feiere ich. Hm. Wow. Wir nennen ihn Donkey Pong. Wow. Du siehst eklig aus. Ohne Scheiß. Was ein hässliches Vieh. Er hat Standard... 9 Millionen Leben? Warte, was? Okay, 140.000 Raid ist total. Total übertrieben. Der hat Standard... 9 Millionen Leben. Bleib du mal da stehen. Wie viel hast du Standard, mein Prime? Viel weniger. What the fuck? Der Gorilla... Wow. Den müssen wir auch ausprobieren gehen. Okay. Dazu aber später mehr. Jetzt werden wir uns erstmal noch den... den Raptor anschauen. Dazu will ich aber erst das Inventar nochmal umswitchen. So, weil wir da richtig wertvolles Zeug drin haben. Ähm... Ah, fast alles drüben. Geil. So, nimm mal das Element. Ja, die Perlen. Ja, die Kristalle natürlich. Und... Die Beeren kannst du auch haben. Die Matrix-Dinger. So, die DNA. Ah, die Herzen haben wir hier. Okay, ich dachte schon. Und das Metall kann von mir aus da drin bleiben. So. Und da machen wir jetzt noch den... den Raptor. Der hat nämlich mittlerweile 4 Dino Age. Der kriegt dann mal 20... Alpha Kibble. Äh... Oh, er braucht 10 Dino Age. Okay, kein Problem. Den Wert habe ich nämlich extra ein bisschen hochgestellt. Mit dem Dino Age. Damit es ein bisschen angenehmer für mich ist. Ansonsten würden wir da jetzt so... Müsste ich da über eine Stunde warten, dass er das Dino Age hat. Und das ist ein bisschen blöd gemacht. Deswegen geht das jetzt ein bisschen flotter. Ähm... 5 DNA. 5 Herzen. Habe ich gerade nicht dabei. Den Matrix-Core habe ich dabei. So. Und das Elemental Kibble. Äh... Eternal Kibble. So. Und zwar 20 Stück. Bub, Bub. 5 Herzen. Und dann hat sich die Sache auch so weit mal erledigt. Ne? Genau. Bub, Bub. Ja, jetzt fehlt nur noch das Dino Age. Gut. Die 2-3 Sekunden können wir warten. Da können wir auch mal den Power-Gorilla kurz ausreiten. Ich bin gespannt, wie viel Base-Damage der hat. Ob er mehr hat als Terex. Lass mich mal rauf, Donkey-Pomp. Okay, du kriegst pro Level. Was? 2,2 Millionen? HP. Der hat 2,2 Millionen HP dabei bekommen. Das ist ein bisschen krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er das mächtigste Vieh in dem Spiel gerade wird. 48.000. Das ist jetzt nicht so viel. Vor allem dieser Ziele zu Leo hält ganz schön aus. Okay. Was kann er denn noch? Er kann Steine schmeißen. Er kann sich auf die Brust klopfen. Und das war's. Okay. Damage hat er ja jetzt ja nicht den übertriebenen gemacht. Er kriegt echt viel Leben dazu. 76.000. Das hält sich stark in Grenzen, muss ich sagen. Was ist denn hier los? Also sein Damage ist nicht gerade stark. Und seine HP? Ja gut, der hat er ja nicht so viel. Sein Damage macht mich traurig. Richtig traurig sogar. Ich meine, er hat unendlich viel Leben, aber der Damage, der ist mager. Gut, ich denke schon, dass er auf die Millionen kommt. Ich meine, wir haben ja einige Level hier drin. Ich denke schon, dass er das schafft. Aber wir müssen mal wirklich gucken, welcher stärker wird im Endeffekt. So. Dich parken wir wieder hier hinten. Du komm bitte auch mal auf Seite. Wenderadius 11... Ja, kackt nochmal schön. Dabei zerstörst du sogar die Umwelt. Geil. Naja, vielleicht wächst aus der Kacke ein neuer Baum, wer weiß schon. Okay, wir sind fertig. Das Prime Meat hätte ich gern wieder. Und jetzt entwickelst du dich bitte. Oh yeah, baby. Oh yeah. Was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Kano? Ich bin gespannt. Und danach sehen wir uns dann in Cuts wieder. In Zeitraffern. Von Dino zu Dino. Dass alles ganz flott geht. Sonst dauert das ewig, Leute. Und am Schluss hoffen wir dann, den Dark Star zu erhalten. Hoffentlich ist das wert. Oh yeah. Ich liebe diesen Dom. Oh, da oben geht das sogar zu. Und dann... Der Evolution Kano. Mhm. Zeig mal her. Joa. Okay. Dino Age ist klar. 25 Dino Age und einfach ein bisschen mehr von dem Rest. Gut. Das ist alles sehr machbar. Hier fangen wir schon mal an. Und ja, wir sehen uns wie gesagt dann wieder. So, dann schauen wir mal, was aus dem Alpha Kano wird. Hat ein bisschen länger gedauert, jetzt gerade das Zeug abzuwarten. Und ja, mal gucken, was jetzt rauskommt nach dem Kano. Die Bubble muss ja gerade zusammenbauen. Und dann schauen wir mal. Jeden Moment hat sich das erledigt. Und... Wir haben einen Alosaurus rausbekommen. Großes, schickes Vieh. Wow, er heißt jetzt einfach nur mal... Oh. Er sieht wirklich cool aus mit seinem Schwarz-Gelb. Beeindruckend. Gut. Wir benennen ihn nicht, weil er sich eh gleich wieder anders nennen wird. Wie viel braucht er denn jetzt? Okay, nicht viel mehr Zeug, nur viel mehr Zeit. Dann schauen wir mal, was danach draus wird. Bis zur nächsten Bubble. Und da baut sich die nächste Bubble auf. Üben den Alosaurus. Ich muss sagen, im Vergleich zu dem anderen hat er echt schwache Stats. Oh, das vielleicht will ich rausnehmen. Guck mal, er hat gerade mal 5000 Leben und so ein Shit. Und gut, ich gehe hier raus, bevor er irgendwas rumbackt. Oh mein Gott, das ist dunkel wie Sau. So. Oh, die Bubble wagt auch rum. Oh, du bist ein bisschen nah an unserem Rex. Ah, egal. Passt schon. Und was wird jetzt aus dir? Ein Rex? Komm schon, Rex. Bitte. Tu es. Tu es. Evolution Rex in einem grellgelben Shit. Ist jetzt nicht der wunderschönste Dino. Was sagen deine Innereien? Ein bisschen mehr Leben auf jeden Fall mal. Was denn jetzt? Oh Gott. 50 Dino Age steckst du ja sonst wohin. Okay, Leute. Bis gleich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich frage mich, was nach dem Rex kommt. Da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Ich meine, es könnte ja eigentlich nur noch ein Giga kommen, oder? So größere Viecher gibt es eigentlich nicht mehr. Oh yeah. Oh yeah. Ich weiß die Liste noch grob. Also ich weiß, es kommt noch ein Giga. Und. Ah, ich glaube, es kommt noch ein Dolorex. Und dann kommt der Darkstar. Und. Ein wunderschöner pink-lilaner Giga. Cool. Folge mir bitte nicht. Was hast denn du für's? Oh, der hat eine schöne Farbe. Hm, Stats sind wieder ein bisschen irrelevant. Und jetzt brauchst du wie viel? 75 Dino Age. Der Rest ist, oh Gott, ich habe nur noch 50 von dem Eternal Kibble. Da brauchen wir noch mehr. Wahrscheinlich braucht er nämlich noch eine Entwicklungsstufe. Ich meine, allein vom Dolorex aufhörst braucht er noch. Okay. Gut. Dann sehen wir uns mit dem nächsten Ding. Oh man. Was wird nur aus dem Giga? Wird da jetzt direkt der Dolorex draus? Er passt da nicht mal ganz rein in die Bubble. Oh man. Ich habe zwar gedacht, ich hätte noch irgendwo noch U-Tyrannus gelesen, aber... Mö. Mal gucken. Und. Und. Einen Dolorex. Einen Evolution Dolorex. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Wow. Dieses Blau ist wirklich wunderschön. Geil. Sehr geil. Was hast du für Stats? Der wird doch schon mal besser mit 720.000 Leben. Ha. Krass. Ich habe Angst zu gucken. Tokens? Ich habe die Tokens doch fast alle verbraucht. Okay. Ich weiß, dass wir noch so knapp 10, 12 haben wir noch. Da muss ich nicht so viel farm gehen. Ich meine, in der Zeit, wo er gealtert ist, habe ich mit dem Affen ein bisschen was geklatscht. Okay. Ist nicht so dramatisch, wie ich dachte. Das heißt, wir brauchen jetzt 100 Primate, damit er altern kann. Alpha Kibble haben wir noch. Und Eternal Kibble haben wir auch noch. Matrix Kors, kein Problem. Elemente haben wir auch. Und dann kommt wahrscheinlich schon der. Dark Star. Genau. Auf den warten wir. Gut, Leute. Ich gehe wieder farm. Und dann sehen wir uns. Jeden Moment mit dem letzten Evolution Ding. So, Leute. Hier sind wir dann zur letzten Entwicklungsstufe, glaube ich zumindest. Von diesem wunderschönen Dodorex. Ach, dieses Blau. Dieses Blau ist wunderschön. Hör auf den Kopf zu schütteln. Es ist wunderschön. Er ist nicht einer Meinung. Okay. Das heißt, wir werden ihn jetzt umevolutionieren. Und hoffentlich ist er dann einer Meinung. Ja. So. Komm her. Lass mich in dein Inventar krabbeln. Und... Die Entwicklung beginnt. Wie groß wird die Bubble? Oh. Wow. Oh. What the fuck? Wo hört die auf? What the fuck? Scheiße, die ist... Die ist zu groß. Nein. Oh Gott. Back here. Ich habe Angst, dass sie meine ganzen Dinos mitverarbeitet. Äh. Alle. Oh shit. Ich glaube, unser Rex ist weg. Ähm. Der Rest kann hier bleiben. Oh oh. Nein. Rex. Oh mein Gott. Das ist... Wir haben noch Zeit. Komm her. Lauf raus. Schnell. Komm aus der Bubble. Wo bist du? Komm raus hier. Was tust du? Okay. Gut. Oh mein Gott. Das ist ein riesen Dom. Das ist ja gar kein Vergleich. Und... Er ist fertig. Okay. Ich glaube, die Bubble hat nichts angerichtet weiter. Das ist der Dark Star. Er sieht nicht so aufregend aus, wie ich jetzt gehofft habe. Also da war der Dodorex schöner. Mal gucken, was seine Stats sagen. 100.000... 5... 5... 5 Millionen hat er. 5.160.000. Was steht denn hier? Oh. Seine Angriffe. Links-Klick. Rechts-Klick. C. Und Control. Okay. Control muss ich wahrscheinlich umlegen, weil das bei mir nicht so ganz funktioniert. Wo ist denn... Wo ist denn Control? Hier. Right. Control. Was ist denn normalerweise die Control-Taste? Ich glaube, die habe ich schon umgelegt, oder? Oh. Hm. Für mich müssen wir mal gucken, wie viele Angriffe wir hinkriegen. Ich sehe sonst nämlich keinen Control mehr. Ah. Nein. Okay. Hm. Fortsetzen. Gut. Reiten. Sattel? Was für ein Sattel? Wie? Du brauchst einen Sattel? Was für einen Sattel brauchst du denn bitte? Okay. Ich werde mal einen Giga-Sattel holen, aber... What the fuck? Da stand nirgendwo was von einem Sattel. Die ganze Zeit hat er keinen gebraucht. Gut. Ähm. Wir haben alles dahin gebatscht. Du hast... Nein, du bist der Indom. Du hast einen Sattel. Gib mir mal deinen. Hm. Zack. Dankeschön. Gucken wir mal, ob der passt. Wenn nicht, weiß ich nicht weiter. Dann muss ich erst mal gucken. Hm. Stört mich ein bisschen. Ich bin doch... Ich wollte eigentlich seinen Grund damit schon alles jetzt testen. So. Komm mal her. Ein Giga-Sattel. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Hat von der Pose ganz gut gepasst. So. Wie war das? Was hast du? Links-Klick, Rechts-Klick, C und... Ah. Ist die RG-Fundspam ja nicht. X, Y. Verdammt. Welche Taste ist das? Welche Taste ist das normalerweise? Ähm. Ähm. Ducken? Ducken? Könnte sein. Ich teste es mal. Obwohl. Warte. Was haben wir? Nein. C ist eine einzelne, eine Extrataste. Ja. Okay. Und SDRG? What the fuck? Wo ist das bei mir? Hm. Was ist ein SDRG normalerweise für eine Taste im Spiel überhaupt? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Oh. Okay. Ich finde sie nicht. Ich weiß nicht, welche es sein könnte. Griechen? X? Hm. Ich weiß es nicht. Naja. Egal. Tun wir das, was wir können. Links-Klick. Beißen. Rechts-Klick. Ein lilaner Röpser. C. C scheint eine Art seltsamer Torporangriff zu sein. X macht nix. Schade. Y. Z. Q. R. Hm. Ah. Okay. Hab die Taste gefunden. Ich kann... Wie viele Minions kann ich denn bitte beschwören? Okay. Ich kann anscheinend zweimal beschwören. Okay. Krasse Angelegenheit. Die sind alle Level 3000. Wie viel Leben kriegst du pro Level dazu? 1,2 Millionen Leben kriegt der dazu. Okay, Baby. Dich gehen wir mal noch schnell testen. Oh, schnell ist was anderes. Aber Dich gehen wir mal testen. Ähm. Dann haben wir eigentlich alles durch. Wir haben die ganzen... Wir haben die ganzen Bosse durch. Wir haben, ähm... Den Gottschreien bekommen und getestet. Wir haben... Zwei Infernal-Versionen hergestellt. Wir haben den Darkstar durchgezählt. Wow. 146.000 Schaden Base Damage. Wow. Und er hat jetzt schon... Ähm... 11 Millionen Leben. 11. Oh mein Gott. Also Darkstar ist, glaube ich, wirklich das... Monströseste Vieh in diesem Spiel... In diesem Mod, das es gibt. Ich meine, der Gorilla war schon krass. Okay, jetzt würde ich mal gerne... Den... Diesen C-Angriff sehen, was der macht. Jetzt muss man nur noch treffen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was genau er machen soll. Weil wir Täuben scheinen... Eher nicht. Okay. Irgendwie finde ich den ein bisschen nutzlos gerade. Naja. Okay. Äh... Und der Feuerangriff... Ist jetzt auch nicht der Stärkste. Mach mal den Alpha kaputt, bitte. Danke. Oh man. Er braucht auf jeden Fall ein bisschen Move-Nousie mit, weil er ist echt scheiße langsam. Was haben wir denn da? Ähm... Geben wir einfach mal ein paar Punkte. Wir haben auf jeden Fall genug. Geben wir jetzt noch ein bisschen was killen. So zum runden Abschluss. Und... Ja Leute, ich glaube... Dann habe ich so ziemlich alles, was man... Machen... Was wir machen wollten, erreicht. Wir testen jetzt noch die Minions. Oder auch nicht. Die Minions wollten wir eigentlich testen. Wir haben ja ein paar. Oh yeah. Folgt mir, meine kleinen Babys. Folgt mir. Und tötet. Wobei mir gerade eingefallen ist, es gibt noch einen riesigen Drachen, den man zähmen könnte. Den haben wir aber bisher nie gesehen. Ähm... Yeah. Wir gucken jetzt noch einmal rum. Wenn wir... Was macht denn da einer meiner Raptoren? Cool, der lebt ja noch. Wow, das hätte ich ja nie gedacht, dass der noch lebt. Der war hier irgendwo mal mit uns am Anfang, wo wir bauen wollten, glaube ich. So, da würde ich jetzt gerne meine Ads zum Einsatz bringen. So, ich beschwöre sie mal zweimal. Kümmern euch um das Vieh, Leute. Kümmern euch darum. Ähm... Ich wurde hier angegriffen, Jungs. Wow. Die machen sogar Damage. Das ist nicht schlecht. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so viel Schaden machen. Nützlich. Wow. So, aber erstmal töten wir den Prime. Dann kriegen wir nämlich ein paar Level. Er hat 11 Millionen Leben. Mal gucken, wie weit wir kommen. 20, 30, 40, 50, 60. Oh yeah. 80, 90 und... Bam. 100, 100.000, 100 Millionen Leben hat er. Das ist total übertrieben. Ich meine, das haben wir mit dem Affen auch geschafft. Aber er... Er wird vom Damage allein her schon viel, 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 viel höher landen. Aber wie gesagt, wir haben so ziemlich alles durch. Wir könnten natürlich noch das eine oder andere zählen. Äh, verschiedene Primes und... Äh, versuchen Drachen ran zu schaffen. Aber die sind vergleichsweise echt schwach. Es gibt noch den Dominus Dragon, den habe ich bisher einmal gesehen und getötet, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber, wow, man... Sein Wenderadius ist ein bisschen abfuck. Ihr seht, er läuft... Er läuft einen Berg hoch und... Oh Gott. Flippt da nur noch überall über die Map. Ist ein bisschen schlecht. Ähm... Aber ja. Er ist echt ein Monstrum. Ich habe ihn mir ein bisschen cooler vorgestellt, weil im Prinzip ist es nur ein lilaner Dodorex. Das war es dann auch schon. Was passiert hier? Grafik, hallo? Ich muss jetzt Nebel aufziehen. Ab normalen. Ich gucke mal kurz, wo wir hinwollen. Die Richtung stimmt. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, es ist halt nur noch reine Zähmerei jetzt quasi. Nichts allzu Großes mehr als Ziel vor den Augen. Von daher werde ich jetzt dieses Projekt an dieser Stelle beenden und mir einen neuen Mod raussuchen. Da könnt ihr wie immer sehr gerne Mod-Vorschläge machen. Was ihr gerne sehen würdet. Wie gesagt, hässlich. Schade, dass wir auf so einer hässlichen Note dann enden. Aber das war es dann mit Ark Eternal, Brian mit vier Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und zum nächsten Projekt. Ciao. 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 Ciao.